Willkommen zurück bei Watchbox Wer hätte das gedacht? Wir wollen jetzt an einem Pokerspiel teilnehmen Einer von den Typen muss dabei sein Da 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 Wer ist denn? So Was willst du? Wie praktisch eine Kamera Stressüberwachung Ah ja, so Tischinfo Okay Was haben die? Ich hab's gar nicht gesehen Ach da Höchste Karte Setzen Wer bist du? Ich kenn dich nicht Ich, ich kenn ihn nicht Ganz ruhig Bist du Tobias? Das geht dich nichts an Ich nehm das mal als Ja Nein, nimm es als das geht dich nichts an Gute Einstellung Hat dich Blum deswegen gefallen Hallo, ich wollte Karten spielen Tobias Stopp Ah Wer hat dich gezickt? Wer hat dich gezickt? Willkommen zurück bei Watchbox Und jetzt Und jetzt Kommen wir endlich in den Bunker Hat ja auch lange genug gedauert Dort Home, sweet home Okay. So. Na dann viel Glück. Flupp. Blumen hat wohl die meiste Habe entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila. Kann man was von hier aufbauen? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nichts mehr. Und doch hätten wir uns ja... Ich muss wissen, woher die IP-Adresse ich habe. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist noch ne Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut verstanden. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi Freeman Bezug. Weissworld Territory. Da. Kameras. Damit können wir den Blick rein. Kommst du von hier aus ran? Nein. Wir sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht ran komme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Oha. Oha. Schub. 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 Da unten. Okay. Aber, da sind wir. Wir fahren vorher mal, wir fahren mal hier beim Waffenladen vorbei. Der Blickout von 2003 war eine Warnung. So. Die Polizei sucht nach einer weiteren Rennung. Das war wohl nichts. Naja. Wir werden ja schon wieder ein Auto finden. Nein, ist er nicht. Wir probieren es nochmal. Wir probieren es nochmal, nachdem es beim letzten Mal nicht so gut geklappt hat. Eins unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Vector installieren. So. Wo bist du denn? Ja. Das ist bei der U-Bahn. Okay. Aua. Da kommt schon gut in die Kamera. Wo? Oh. Wir müssen erst X drücken, damit die aktiviert wird. Da ist auch richtig fies, was wir jetzt machen. Okay. Ah, der hat dich schon wieder gehackt. Da hinten ist er. Der ist im Zug. Tschüss. Cool. Einen von 17. Ohja, die müssen wir auch noch alle scannen. So. Ich frage mich gleich, wo der hin ist. Ich frage mich gleich, wo der hin ist. Okay, irgendwo hat er geschossen. Da hinten ist er. Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat. Wir bleiben. Vielleicht dachte er. Komm schon. Okay, der schießt dann einfach Leute ab, weil er denkt, wir sind da unten irgendwo. Hahaha. Schirmann. Oh nein. Das hat doch erstmal geklappt. Hahaha. Geschafft. Neue Fähigkeit. Sag mal. Ah ja. Oh. Und wir haben vier Skillpunkte. Das ist sehr schön. Aber dafür brauchen wir mal fünf. Oh nein. Ähm. Ich warte erstmal noch, bis wir noch einen haben. Haben wir jetzt fünf? Ne, vier. So. Fahren wir jetzt mal da rüber. Das hat gut geklappt. Machen wir jetzt das. Hepp. Hehe. Oh, die Polizei ist auch noch hier. Ja. Schön auf dem... Schön auf dem Dach versteckt, hat er uns nicht gesehen. Alles mit dem Zug auch. Das hat gut gepasst. Er hat angehalten, wir haben direkt weiter gesteckt. Da dachte er, dass wir drin sind. Und dann ist er erstmal mit dem Zug weggefahren. Das hat perfekt gepasst. Ich will nehmen wir eben das Motorrad da vorne. So. Nulles Fahrzeugverflug. Okay. Übesche Freude. Oh ne! Dale! Es gibt keinen, der Ist. Hat er mir auch gesagt. Noch. Dann hat er gemeint, dass die Quoten erfüllt. Und wenn die Regierung nicht zwingen würde, meine Leute einzustellen, dann wüsste er das selber machen. Politiker! Klonge. Wie. Ist doch eine Person auf einmal. Mit dir redet doch keiner, Junge! Hab ihn! So. Jetzt aber. Gar nichts passiert. Es ist was passiert. Mach mal den nächsten auch noch eben. Bist du bescheuert? Was fällt dem denn ein? Wo ist das Opfer? Wo ist das Opfer? Wo will der hin? Der hätte das Ding in die Luft fliegen lassen. Okay. So nicht. So, Ruf wieder verbessert. So. Fixer Auftrag. Machen wir den auch mal eben. Machen wir... In dem Part noch ein bisschen Nebenmissionen und dann... Aua. Wenn wir im nächsten Part dann problemlos mit der Hauptsorge weitermachen. So. Was soll ich machen? Mein Ziel hat sich mächtige Feinde gemacht. Also wird er sich bestimmt beeilen. Ich muss ihn aufspüren und dann erleben. Okay. Schuhe. Da ist er. Ausschalten sollen wir nicht. Ja, dann fahr du mal. Oh ja, ein Zivilist wurde schon wieder einen Zivilisten verletzt. Hier geblieben. Du sollst ja nicht alles kaputt machen, bleib mal hier. Na dann komm, mit Gas. Es wird Schwung hinten drauf. Das Auto ist weg. Der ist weg. Entschuldigung! Es ist schon bald, dude. Jetzt aber. Dahin. Kleines Versteck machen wir jetzt nicht. Das ist ein schönes Auto. So wie ich das anhört, haben wir auch einen Platten. Naja. Oh, läuft nicht auf die Straße. Aber jetzt schwimmelt ihn drauf. Schuss. Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Freunde, aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich sage erstmal bis dann und ciao.